In Paratitel Teil 3 wird das Bild komplexer, also rechte Schläge werden betont, linke Schläge werden betont, natürlich nicht alle, je nachdem, was ich für eine Melodie erzeugen möchte. Und es wird dann noch verteilt, rechts verteilt wieder aus Teil 1 und links verteilt wieder aus Teil 2. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020